Boah, das ist ja echt der Hammer, hab ich da grad echt dieses wahnsinnige Lied da gesungen und dann hab ich irgendwie die Kamera nicht eingeschalten, ey, ich verzweifle noch, ey, das wär echt das Ding gewesen, bist du deppert, kacke, damit wär ich weltberühmt geworden, mindestens zwei Millionen Klicks, weißt du, voll das Echte, das Richtige, so. Ah, das ist irgendwie wirklich heute so ein richtig klasse Tag, ey. Boah, Mann. Was wär, wo's passiert, wenn ich den Scheiß aufgenommen hätte? Oh, jetzt nimm's auf.